Und los geht's! Hier der Hefti, so gut er war beim Halten Luca, hat den Tremler gefangen. Durch die Belohnung kommt der Ballon rüber. Und so wie du gehauen hast, popst der Baum an. Wird doch passen. Wird auch gefallen, Hefti. Ja, 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 ja. Dann kommst du den sicher auch rüber. Ja, ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Dann schauen wir mal, bis du den Ballon rüberkommst. Ohhhh. Oh mein Gott. Der Bernie kommt schon wieder. Hey! Wink mal! Hahahaha. Nicht schon wieder. Hahahaha. Wie letztes Nacht, Hefti pust den Kampfford. Gut. Und jetzt der Ballon! Ja, der Ballon kommt jetzt. Gut. Das ist gut. Du weisst das mal! Du weisst es ja, welche! Ja, der Ballon ist ja. Der Foto, wenn nicht der Film. Ja, wir haben eigentlich ein bisschen Action, darum. Was sagst du für ein Style? Genau! Wie hast du das mal? Wie hast du das Lied singt? Pop de bauma! Kannst du das Lied singen? Pop de bauma! Wie hast du das? Du kannst es? Ja, auch noch! Gut! Jetzt können wir nicht hier greifen. Ich finde, wir müssen etwas anknüpfen. Wir machen das Kätzchen hier. Wir machen das Kätzchen hier. Das macht nichts. Hier ist es gut. Nein, da wird es irgendwie besser. Das ist ein neuer Knopf. Doppelt das Knopf. Schön halten. Festhalten. Gut. Teure Sachen. Teure Sachen. Komm Pop! Danke und komm! Tomas! Ja, genau. Du sollst mit dem Rimm, oder? Ah, du sollst mit dem Rimm, danke. Es gibt dir gerne ein Küsse hier. Er hat sich so einen Ballon im Ring. Es gibt dir gerne ein Küsse hier. Nein, okay. Also Pop, los! 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 Ja!